Liebe Schüler, heute möchte ich euch zeigen, wie man in Excel ein einfaches Diagramm erstellen kann. Dazu benötigst du eine sogenannte Wertetabelle, die ich schon einmal vorbereitet habe. In dieser Tabelle markieren wir den Bereich, den wir für das Diagramm benötigen, gehen dann in das Menü Einfügen und wählen den passenden Diagrammtypen aus. In unserem Beispiel wäre das jetzt die 2D-Säule und haben schon ein fertiges Diagramm erstellt. Dieses einfache Diagramm kannst du über die Diagrammformatvorlagen ganz einfach verändern, indem du eine andere Vorlage auswählst. Du kannst weiter die Farben ändern, indem du zum Beispiel die Farbe Grün auswählst. Du hast jetzt hier neben dem Diagramm die Schaltfläche mit dem Plus, wo Diagrammelemente hinzugefügt werden können, aber auch entfernt werden können. Ich möchte jetzt einfach mal das Beispiel Achsentitel noch hinzufügen. Mit Anklicken und Doppelklick kann man jetzt diese Textfelder bearbeiten. Nochmal Anklicken und Doppelklick. Wieder Anklicken und Doppelklick und schon haben wir ein ansprechendes Diagramm erstellt. Anklicken und Doppelklick